Hallo, ich bin Janett Gemmer vom Landgasthof Gemmer. Seit 1740 führen wir ein Restaurant mit angeschlossenem, modernem Hotel und historischer Brennerei in Rettat. Wir verbinden Tradition mit Moderne. In unserem Restaurant kochen wir regional und friedenständig mit Finesse. Mit unserem Hotel wollen wir unseren Gästen ein zweites Zuhause sein. Und mit einem Gläschen Whisky in unserer historischen Brennerei können sich unsere Gäste bei einer Führung von uns begeistern lassen. Wir freuen uns, Sie bei uns willkommen zu heißen.